Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute, heute gibt es mal wieder seit einiger Zeit das Scorpion Plays FAQ, Leute, da habt ihr mir bei Twitter Fragen gestellt, die fand ich diesmal alle übelst geil, weil ich das lange nicht mehr gemacht habe, man merkt ja, wenn man lange nichts macht, dann kommen immer so ähnliche coole Fragen auf und deswegen, ja Leute, gibt es heute das Scorpion Plays FAQ erst im Hintergrund ein Fortnite Gameplay, deswegen ist die Facecam jetzt noch da in der Ecke und später wird sie dann in die andere Ecke wandern, denn dann kommt ein Black Ops 3 Gameplay, warum? Weil es heute ein bisschen darum geht, Fortnite, COD, Rivalität, wird beides kommen, was wird passieren, deswegen wird es darum als hauptsächlich gehen, also gibt es erst ein Fortnite Gameplay, da habe ich mit Pain, Solution und Nico, glaube ich, im Squad gespielt, haben wir auf jeden Fall gewonnen, also ich habe es eigentlich nur wegen dem Ende genommen, weil das Ende ziemlich lustig ist, das ist dann mein neunter Kill, also ist nichts besonderes, aber egal, auf jeden Fall ist das erste Gameplay der Win und das zweite ist dann einfach irgendein random Black Ops 3 Gameplay, was ich in den letzten Tagen zusammen mit Sweezy gespielt habe, das war irgendwie 25 zu 8 oder so komplett, schlecht, aber es geht einfach nur darum, dass ich irgendeine Runde mit Sweezy nehmen wollte, weil ihr euch darauf einstellen könnt, dass Sweezy ein fester Bestandteil meiner Beta Zock Crew wird und ich wollte irgendwas mit Black Ops in den Hintergrund packen und da habe ich jetzt einfach dieses Gameplay genommen. Wie gesagt, habe ich mir Fragen gestellt zum Thema Gaming, Fortnite und COD, deswegen gibt es ja das Gorbenplatz FAQ und ich würde sagen, Leute, wir gucken uns mal gemeinsam die Fragen an, ich meine, ich habe die Fragen gescreenshortet, deswegen sind die auf dem Handy, diese waren, wie gesagt, echt, echt coole Fragen dabei. Die erste Frage von Dominik Strassberger, wird es vielleicht ein Road to Commander geben? Also damit meint er natürlich in Call of Duty bis zum Maximallevel im 0. Prestige zu leveln und das Ganze dann quasi, ja, komplett zu zeigen, also alle Runden zu zeigen und natürlich wird es das geben, aber natürlich im Stream, also auf twitch.tv slash Marcel Scorpion, natürlich werden die besten Runden auch hier hochgeladen, aber im Stream wird natürlich halt wirklich jede Runde zu sehen sein, das kann man halt hier auf YouTube gar nicht richtig umsetzen, das würde man 40 Folgen machen, ich glaube, YouTube ist auch derzeit raus, wo du 40 Folgen auf Dokumenten hochlädst, aber im Stream werden natürlich alle Level zu sehen sein, ganz klar und natürlich werden auch für Scorpionplatz exklusive Videos produziert, so wie dieses hier natürlich, das kann man nicht im Stream sehen, aber ich würde einfach generell empfehlen, wenn eine Stream-Ankündigung kommt oder so, einfach mal vorbeizuschauen, weil die coolsten Sachen passieren halt einfach live und, äh, kleiner Einschub hier nochmal, natürlich wird die Beta auch extrem viel gestreamt werden, da wird natürlich am Ende des Videos nochmal drüber gesprochen, aber wie gesagt, dieses Roadtokumenter-Ding wird auch in der Beta schon richtig viel gestreamt, ich werde quasi das ganze Wochenende ab übermorgen online sein, auf jeden Fall vorbeischauen. This is wraps, willst du ehrlich gesagt überhaupt noch so aktiv COD-Content bringen, weil es von dir selber herkommt oder weil du die COD-Legende aus Deutschland bist? Das fand ich eine interessante Frage, jetzt nicht, weil ich mich selber als Legende fühle, ja, natürlich habe ich im COD-Bereich viel Erfolg gehabt und so, aber die Frage finde ich interessant und zwar, das ist eine richtige Frage, die für mich cool ist und zwar fragt er, würdest du es nur machen, um der Sache gerecht zu werden oder würdest du es auch machen, weil es dir Spaß macht? Und natürlich würde ich es machen, weil es mir Spaß macht, ich habe immer Sachen, die mir Spaß machen, auch wenn gerade mir oft, äh, unterstellt würde, ich mache es nicht so, aber ich würde niemals irgendwas machen, es gibt so viele Sachen, die würden noch viel besser laufen, würde ich sie, mich dazu zwingen würde, ich könnte Ideen aus Amerika klauen, ich habe nie ein Video aus Amerika geklaut oder sonst was, ich mache halt die Sachen, auf die ich Bock habe, zur Zeit ist es halt viel streamen und so, ähm, aber ich will natürlich COD-Content bringen, weil ich auch einfach jetzt vor ein paar Tagen COD gespielt habe und gemerkt habe, Alter, es macht mir ultra Spaß, COD zu zocken, deswegen, ja, schauen wir doch einfach mal, wie sich das Spiel durchsetzt, wenn natürlich COD komplett reinfloppt, da wird es aber gleich nochmal rumgehen, dann wird es natürlich weiterhin Fortnite auch geben, weil Fortnite auch einfach ein cooles Spiel ist, mir auch sehr viel Spaß macht, auch wenn ich noch nicht so gut bin, aber es entwickelt sich von Tag zu Tag und deswegen würde ich sagen, ich würde es nicht nur machen, weil ich mal ein COD der größte war, sonst hätte ich ja die letzten sechs Monate auch COD machen müssen, weißt du was ich meine? Also ich würde sagen, wir gucken einfach, was die Zukunft bringt in diesen beiden Spielen. Dazu passt die nächste Frage von Z, Kine oder Z, kein, was machst du, wenn BO4 scheiße wird? Wirst du bei BO3 bleiben oder zu Fortnite switchen? Ähm, also bei BO3 bleiben kann man ja gerade gar nicht sagen und ich mache gar kein BO3 zur Zeit, weil mir BO3, natürlich hat es Spaß gemacht, einfach mal wieder COD, diesen Reiz zu spüren, aber letztendlich und unterm Strich gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, macht mir Fortnite zur Zeit mehr Spaß als Black Ops 3, deswegen würde ich, falls Black Ops 4 komplett verkackt, was ich nicht glaube, bei Fortnite bleiben, aber sind wir mal ehrlich, uns hat Treyarch noch nie enttäuscht, warum sollten sie es diesmal tun? Und wenn BO4, der Battle Royale und der Multiplayer richtig geil werden, dann werde ich auch wieder höchstwahrscheinlich mehr COD bringen. Wie gesagt, das ist für YouTuber immer scheiße, das entscheiden zu müssen, aber ich mache das, was mir mehr Spaß machen wird am Ende, aber ich hoffe einfach und ich habe auf den Trailer auch reagiert im Stream, ähm, dass es geil wird. Falls ihr meine Reaktionen im Stream auf den Trailer nicht gesehen habt, schneide ich sie euch nochmal hier kurz rein, also auf den Beta-Trailer natürlich. Dann schauen wir doch mal rein, was erwartet uns hier? Ach, komm! Der Deutsche geht, ha! Der Deutsche geht. Boah, Leute, ich bin hyped, verdammte Scheiße! Oh, Digga, das ist aber keine AM gewesen, oder? Das Visier war geschlossen. Hundestaffel ist am Start. Dieser Bus immer an diesen Trailern ist unglaublich. Also Specialist, 6 Maps, das ist halt ultra krass. Boah, geil, Digga, 6 Modi, auch nice. Neue Waffen, das höre ich sehr gerne. Wenn die AM kommt, dann kriege ich einen Orgasmus. Vernichtende Punkte-Serie, oh. Jetzt vorbestellen für Zugang zur Private Beta. Okay, okay, Leute. Ich muss sagen, das hat mich jetzt schon so ein ganz bisschen geil gemacht, Leute. Oh, Gott, das ist, das ist Dingens, das ist Blackout. Huhu, Digga. Ich schau mir vor, das wäre jetzt so der Startbild. Ich kann einfach zocken. Ditschen, FNA, oder? Alter, das ist schwer zu sagen, den Namen kann ich nicht lesen. Wir sind zu Fortnite sehr vernachlässigend. Und das kommt, wie gesagt, komplett drauf an, wie viel Spaß mir Black Ops machen wird, ob Fortnite mir noch Spaß macht. Daran wird es dann halt am Ende entschieden. Und letztendlich könnte beides passieren. Mit Battle Royale von BO4. Ich muss natürlich auch darauf achten, was mich über die Runden bringt. Ich bin Vollzeit-Youtuber. Ich bin da ja immer schon oft mit umgegangen. Das heißt, so wie bei WW2, wenn die Videos gar keine Aufrufe mehr bekommen, so 10.000, 20.000 Aufrufe, dann kann ich das halt nicht dauerhaft machen, weil ich muss davon leben. Und um das mal so abzuschließen, ich bin da auch, ich bin eh ein Mainstream-Typ. Wir machen immer die Sachen Spaß, die allen anderen auch Spaß machen. Und dementsprechend habe ich auch ein Gespür dafür. Wenn mir WW2 keinen Spaß macht, dann empfinde ich das auch sehr stark so. Und dann lade ich es auch nicht hoch. Und das macht also, wisst ihr, was ich meine, Leute? Wenn mir BO4 nicht gefällt, wird es den meisten vermutlich auch nicht gefallen. Nicht, weil ich es bestimme, sondern weil ich einen sehr Mainstream-mäßigen Geschmack habe einfach. Was denkst du, wie lange wird Fortnite noch im Hype bleiben? Und kannst du mich übergrüßen, wäre nice. Grüße an dich. Also Fortnite wird diesen Hype noch extrem, extrem lange haben. Und jeder, der was anderes sagt, der versucht, das Spiel klein zu reden. So ein Hype wie Fortnite gab es auf YouTube noch nie. Nicht mal ansatzweise. Black Ops 2 damals war nah dran bei vielen, aber diesen Hype, das gab es noch nie. Wenn ich daran denke, wie ich vor anderthalb Jahren auf Scorpion Plays jedes Video so 300.000 Aufrufe hatte, als Black Ops 3 bei mir mit dieser Ostasa-Zeit gut lief. Wenn ich daran so denke, denke ich so, das war allein schon krass, dass das überhaupt möglich war. Aber Fortnite hat ganz andere Rahmen, ganz andere Möglichkeiten. Jeder Mensch, den ich kenne, spielt Fortnite. Dementsprechend dieser Hype ist ultimativ krass. Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Die Frage fand ich auch lustig. Warum siehst du bei Fortnite immer so aus, als ob du voll breit wärst? Meinst du diesen Blick hier? Das ist immer, wenn ich mich konzentriere. Also kurz vor Triple Nuklear sah ich ungefähr so aus. Um es mal so zu zeigen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin da halt wirklich bei Fortnite halt noch in so einem Überkonzentrationsmodus, um da das Bauen so einigermaßen hinzukriegen. Deswegen würde ich sagen, irgendwann wird es dann auch entspannter aussehen. Florian fragt, warum habt ihr alle WW2 so schlecht geredet? Wenn es an sich so ein solides COD ist, klar hat COD abfacken müssen, aber das haben alle. Achso, er sagt, das ist an sich ein solides COD, das Setting. Oder dass es keine Klicks bringt, würde ich gerne wissen. Beides. Du hast es genau richtig gesagt. Das Setting finde ich langweilig. Habe ich schon über fast ein halbes Jahr vor Release gesagt, das ist das Setting langweilig. Ich finde, Zweiter Weltkrieg, dass sie es nur gemacht haben, weil sie auch ein paar Hater eingegangen sind, was man einfach nicht tun darf. Ein paar Leute wollten Zweiter Weltkrieg, weil sie so dachten, da wird alles besser. Aber letztendlich sind wir mal ehrlich, das ist ausgelutschter, als ich weiß es nicht, Digga. Deswegen, ich fand es einfach schlecht und dann wie gesagt halt auch, hat es auch bei allen meinen Kollegen die Kanäle gesprengt, wie wenig Klicks. Und wenig Klicks heißt ja übersetzt, nur die Leute haben auch keinen Bock drauf. Die Leute interessiert es nicht, die Leute spielen es nicht, weil man guckt sich eigentlich nur Videos an. So ist es bei mir von Games, die man aktiv spielt. Ich gucke zur Zeit halt auch nur Fortnite-Videos an, so um das mal so zusammenzufassen. Dementsprechend ist meine Meinung da, dass wir es schlecht gerät haben, weil wir es schlecht fanden. Jescher, der auch immer sehr aktiv ist, fragt, denkst du nach BO4 würde MV4 kommen beziehungsweise würdest du dich freuen auf MV4? Also ich bin mir sehr sicher, dass MV4 das nächste COD ist. Es wurden ja auch schon Entwickler wieder eingestellt, die Modern Warfare 2, glaube ich, mitgemacht hatten oder Modern Warfare 3. Dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass Modern Warfare 4 kommt. Ich kann aber nichts dazu sagen, weil ich lasse mich nicht mehr von Namen blenden. Das ist ein... Also Infinity Ward hat so extrem viel gut zu machen nach Ghost und Infinite Warfare. Dementsprechend sollten die sich einfach mal darauf konzentrieren, gutes COD zu machen und ich werde darauf null gehypt sein, weil ich von denen gar nichts mehr erwarte von diesem Entwicklerstudio. Deswegen können wir eigentlich nur positiv überrascht werden, hoffe ich. Mashiro, der auch immer am Stream dabei ist, richtiger Ehrenmann. Wird es in BO4 ein DSDSU-ähnliches Format geben? Natürlich. Also es wird den Kinomodus geben und DSDSU wird genau so weitergehen. Für alle, die nicht wissen, was DSDSU ist, ich habe quasi damit als allererster überhaupt in Deutschland auf Gameplays reagiert. Und zwar aus dem Kinomodus habe ich mir Noob-Gameplays und lustige Gameplays angeschaut, die mir in den Kommentaren empfohlen wurden. Also dieses Ganze reagieren auf Gameplays, was jetzt halt auch viele machen, habe ich halt quasi... Ich habe es natürlich nicht erfunden, aber ich habe es in Deutschland auf jeden Fall mit als erstes gemacht. Und das wird auf jeden Fall weiterkommen. Da habe ich so extrem Lust drauf. Ich habe da so Bock drauf einfach. DSDSU wird genauso weitergehen, Leute. Es wird auch DSDSU weiterhin heißen. Es wird auch wieder jeden Sonntag kommen. Das ist einfach... Das ist halt einfach das Geile an COD, am Kinomodus und so. Deswegen ist ja das Scorpion Cup zum Beispiel. Das Scorpion Cup ist ja so wie DSDSU. Ich reagiere da auf random Gameplays. Und es macht einfach ultimativ viel Spaß. Also DSDSU wird zurückkommen. Raphael fragt, glaubst du, dass das Battle Royale von BO4 besser als Fortnite wird? Ihr habt ja gerade eben an meiner Reaktion gesehen auf den Trailer am Ende, dass das schon mich umgehauen hat, sage ich jetzt mal, dass ich es schon geil fand. Aber Fortnite macht schon sehr viel richtig und ich hoffe, weil bei Fortnite gefällt mir das Setting nicht so gut. Dieses Cartoon Grafik gefällt mir nicht. Third Person gefällt mir nicht. Das sind halt so die zwei Sachen, die ich nicht mag. Ansonsten ist die Spieldynamik halt nahezu perfekt, wie ich finde. Aber genau da müssen die ansetzen. Ich will First Person, so wie bei PUBG im First Person Modus. Ich will Maps von COD, große Maps, geiles System und dann, Leute, wird Black Ops 4 besser sein als Fortnite. Das wird besser sein, weil das für mich besser ist, weil ich das Setting geiler finde. First Person, realistischere Grafik, mehr, ich weiß nicht, realistische Waffen, vielleicht mehr Waffen, COD gibt es ja so viel, aus dem sie einfach jetzt greifen. Sie müssen einfach nur in den Topf reingreifen, den sie schon längst erfunden haben. Deswegen, Leute, da würde ich auch gerne mal wissen, was da eure Meinung ist. Schreibt doch mal in die Kommentare, was denkt ihr, was sich längerfristig durchsetzen wird. Ich kann es, wie gesagt, gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich hoffe einfach, dass uns eine geile Zeit erwartet mit einem geilen Black Ops 4 Blackout Modus, mit einem geilen Game. Das Beta Wochenende wird jetzt starten, Leute. Dazu wollte ich noch sagen, ich fände natürlich die Beta so gut es geht. Durchstream, Leute. Ich werde extrem viel streamen. Ich werde quasi ab Donnerstag, ich hoffe, dass Donnerstagabend losgeht, weil manche machen sie einen Abend vorher. Falls nicht, ab Freitag werde ich dann sehr, sehr viel online sein, Leute. Kommt einfach bei Twitch vorbei. Ich werde natürlich noch ein Ankündigungsvideo dazu hochladen. Ich würde sagen, Leute, das wäre alles bei der Squad Place FRQ. Ich habe einiges beantwortet. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos sehr gerne ab und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.